und willkommen liebe freunde und wir fahren kap ja wir sind auf dem kleinen na ja schön ist was anderes so 12 und hier wäre es echt lieber wenn es auf dem großen kurs mehr da hinten schiebt keiner so der tiger natürlich mal wieder gelb ja da hat es jemand genau etwas rausgehauen die haben aber auch etliche probleme mit gedreht oh ja mit gedreht aber platz die gang oder die gang so 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 mir noch gelb Oh, hier ist jemand ziemlich geradeaus gefahren. Pylonen sind alle weg gewesen. Und wir sind wieder dran. An den Führungen. So, das wird ein bisschen eng. Hm, er blockiert. Oh, das war wohl nicht überschätzt. Na ja, ich komme hier aber in der Kurve nicht dran. Ah, hier ist da übrigens mal der Kurve. Etwas auf. Ah, ich komme nicht vorbei. Ah, jetzt zieht er wieder weg. Verhext. Oh, der Soh ist ja immer wieder da. Der Tiger ist heute mal wieder angusslustig. Ah, ich komme nicht wirklich vorbei. Oh, das war jetzt knapp. Ah, da macht er mir die Tür zu. Oh, 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 oh. Und vorbei. Alter, was bist du denn? Das ist eigentlich wahnsinnig. Heyer cellular, kam wieder F жиз可是. Ich habe mit der F consumen wieder hinten angeschossen. Someone. compet 콩. Heyer girl. Heyer. Ich glaube, ich habe ein Problem. Mal mit Schmack. Weiß nicht, Emmi Schlinger. Ja, eigentlich ist noch alles in Ordnung. Doch, der zieht beim Bremsen rüber. Na, der Reifen wird doch nicht Platz sein. Kollege. Der Reifen ist in Ordnung. Das Duell. Das kann nicht gut gehen. Ja, die KI sind nicht ganz so schlau. Manchmal. Oh, ne, so ist ja... Der Tiger ist ja schon mal da hinten. Das kannst du auch immer noch angerumpelt hier. Oh, ne, 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 das lässt du machen. Oh, ne, 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 ne und alle hat es den horsaken. eben ein spannendes Duell ich komme nicht ich komme nicht an ihn dran ich sehe schon kommen hier fliegen noch beide und da hat er die Tür aufgelassen so jetzt muss ich nur aufpassen dass der Mr. Rambo da hinten nicht noch abschießt das ist einfach ey, nicht schieben, nicht schieben nicht schieben so, den Sieg haben wir auch sicher nach einem kleinen schweißtreibenden Duell aber da hinten sind irgendwie die Pferzen geflogen und wir gehen auf speichern so, und wir durften die Meisterschaft eigentlich so gut wie gewonnen haben aber wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann bis dann